Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City und heute ist wieder dabei der Wusimu, hallo. Ich hoffe diesmal klappt das alles und das Gebäude bleibt da und auch die Aufnahme bleibt da. So, dann habe ich für dich erstmal deine Rüstung, das habe ich noch alles im Inventar, das einzigste was gespeichert worden ist. Ähm, Spitzhacken müssen wir allerdings neue machen. Da habe ich nichts mehr. Mal kurz Eisen holen. Nehmen wir am besten mit Eisen, ne? Eisen und Holz. Holz habe ich noch. Eine Werkbank ist noch drüben. Ja, dann gehen wir mal rüber. Du bleibst mal da. Achso, Betten könnten wir eigentlich noch mitnehmen, oder? Wenn man unten ist, spielt es glaube ich keine Rolle. Ne. Es sei denn, du bist oben und baust. Ne, können wir erstmal lassen. Können wir dann immer noch holen, wenn wir die brauchen. Ich müsste jetzt auch schnell zum Tierheim. Könntest du ja mal deinen Hund besuchen. Ja. Soll noch schnell ein Schild dran machen. Und was zu essen brauchen wir noch, da habe ich jetzt auch gar nichts dabei. Äh, Schilder habe ich irgendwo da reingepackt. Brauche ich eins. Ähm, und zwar ist es jetzt der Rote. Wo ist denn der Rote Hund? Rot? Da. Der Rote. Und zwar heißt die Gute Stacy. Die ist rot. Und die gehört der Schokomuffin. So. Und fast alle Hunde weg. Naja, ein paar gibt es noch. So, dann noch das Schild noch eben neu machen. Da sollte ich den Namen ändern. Der ist da auf dem Dach. Auf welchem Dach? Ach, da oben. Gott, kommt denn das da hin? Das war... Gizmo. Gucken, ja. Violette. Und dann... Ja, das ist... So. So. Haben wir das auch erledigt. Wo ist eigentlich deiner? Irgendwo da hinten, ne? Ja. Ach, da, hier vorne. Der hellblaue. Der hat's gut. Der hockt da mit einem Mädchen zusammen drin, ne? Gut, dann können wir noch was zu essen holen. Und dann noch anfangen. Ach, die Klappe noch offen. Essen. Ich guck mal schnell hier in das Haus. Hier dürfte noch was im Kühlschrank sein, eventuell. Ja, aber nicht viel. Ist fast nix. Hm. Aber ich glaub, ich hab bei mir hier noch was im Kühlschrank. Ja. Ich hab dir da Steaks auf den Boden geworfen. Danke. So, dann können wir anfangen. Na. Wo noch Holz holen? Ähm, ja, das kann ich gleich machen. Eigentlich... Können wir eigentlich in der Richtung machen, oder? Bisschen... Eine kaputte Axt hab ich noch dabei. Aber es sollte reichen. Die Timber-Mod geht ja wieder. Gut. Äh, oder sie geht auch nicht. Och, nö. Ne, die geht nicht. Warum geht denn die nicht? Och, das ist jetzt aber gemein. Aber ein bisschen Holz hab ich noch. Also, so viel brauchen wir da gar nicht. Ja, das sollte reichen erst mal. Oh, genau. So. Die Treppe nach unten hab ich auch schon fertig gemacht. Hab's vorhin gesehen. Ach, ich war schon fleißig. So, die Werkbank. Das stelle ich jetzt mal hier vorne erst mal hin. So. Du brauchst Spitzhacken, ne? Ja. So, jetzt sammle ich die ein. Komm mal wieder zu mir zurück. Okay. Äh, so. Ne, Schwert solltest du auch noch haben, ne? Hab ich schon gemacht. Ah, hast du schon, okay. Äh, Spitzhacken. Da. Brauchst du noch sonst noch irgendwas? Schaufel, ja. Nein, ich kann nicht selber machen. Okay. Holz nicht. Jetzt wird's dunkel. Okay. Ähm, Fackeln haben wir gar keine, ne? Nein. Ach, das ist ja blöd. Aber ich hab auch keine Kohle mehr. Gucken, ob wir hier welche finden. Voll. Hm, also Kohle wär jetzt echt schön. Huch. Huch. Ja, ich hab auch keine Kohle mehr. Wenn diesmal noch mal eine Kuh runterfliegt, nicht erschreckt. Nein, dann weiß ich ja, dass du das bist, die die schubst. Ja. Das ist stockdunkel draußen. Hm. Sie dürfte jetzt echt mal Kohle auftauchen. Ähm. Das reicht so, oder? Letztes Mal hatten wir das auch so ungefähr, oder? Von der Größe her. Also ich höre hier eine Kuh, ne? Das macht mir schon irgendwie Angst. So. Das ist doch schon wieder Eisen, ne? Ja. Keine Kohle hier, ne? Eine Weißen. Das ist ja schlimm. Ich stelle dann hier gleich schon mal eine Kisten. dahin das ist wieder als ich gehe mal schnell noch oben und hohe mal kohle hier ist es dunkel kohle war irgendwo dahinten war doch noch kohle im boden schnell suchen oder ist ein creeper super geh weg ich habe kein schwert nein nicht hochgehen obwohl hier geht das noch hier darf der ruhig so hier ist kohle noch mitnehmen so haben wir wenigstens ein bisschen was ich habe das inventar voll hier ist auch noch welche kannst du die noch mitnehmen also ich glaube ich weiß wo ich meine monsterfalle hin baue da hinten ist alles voll das ist schnell in die andere richtung gehen eine kuh ich töte dir jetzt einfach dann kannst du dir da nicht runter kicken so ach da ist ja noch eine verdammt halt die werkbank können wir gleich mitnehmen ich habe mir noch so eine metafel erde raus so ah licht halt das war die falsche seite da gehörte gar nicht hin muss ja auf die andere seite so müssen wir noch ein kleines stückchen oder was meinst du hier ein eingang und noch ein stückchen weiter oder oder nur einer ich meinst du jetzt ein zugang oder zwei oder würde ja eigentlich einer reichen oder ja können wir ja vielleicht eine treppe machen und dann irgendwie auf eben ich weiß gar nicht wo sind wir denn jetzt wir sind jetzt auf 54 vielleicht so auf 30 oder mal einen ausgang machen und dann eben auf 12 oder 13 ne machen wir so ok aber der ist nicht in der mitte mitte geht gar nicht ne mitte ist hier ich mache noch schnell hier eins weg dann passt das so dann können wir hier so dann ist das nämlich auch mittig ähm ich mache mir eben eine kiste ich muss so ein bisschen meine Taschen leer machen die sind so voll ja ja ich muss da schon alles hinschmeißen hihihi so jetzt ähm machen wir treppen runter oder ja machen wir ordentlich ja ja treppen runter dass wir dann ordentlich hoch und runter laufen können und war einfach cobblestone mach ich gleich stufen essen nehmen wir mit und fackeln habe ich auch ein paar hm so ähm so ich denke stufen habe ich jetzt genug da kommen wir ein stück weit mit 3 hoch oder 2 hoch äh 3 und dann gehen wir hier oder da 1 2 3 genau und dann ab hier runter ui hier ist es tief geht schon in irgendeine höhle ähm ich mache schon mal stufen dran schaufel uah nein verdammt das ist aber dunkel hier unten hihihi äh ich komme gleich wieder nach oben das ist aber wirklich dunkel hier unten hier ist kohle die bringe ich mal mit wie ich mache das ich mache das gut hier ich mache das so ich mache das ein bisschen nicht aber ich mache das stellen und hier auch noch so jetzt muss ich da irgendwie wieder hoch ach das rutscht doch unter das ist ganz schön tief da unten